Wir gestalten und transportieren Ihre Botschaften auf Papier und online. Das Medienhaus dsag.ch in der UNESCO-Biosphäre Entlebuch macht nachhaltige Werbung. Das traditionelle seit 130 Jahren bestehende Druckerei- und Verlagsunternehmen ist zu einem regionalen Kommunikationszentrum herangewachsen, welches Informationen auf verschiedenste Weise übermittelt. Hier kreiert man für Sie individuell gestaltete Werbemittel. Die dsag-Kreation berät und begleitet Sie, von der Idee bis zum fertigen Produkt. Entlebucher Online ist die regionale Internet-Drehscheibe. EOL steht aber auch für die dsag-Abteilung Neue Medien, die speziell für KMU attraktive Homepage-Pakete anbietet. Die professionelle dsag-Redaktion bringt Ihre Texte in Form. Das Kernprodukt des Zeitungsteams ist der Entlebucher Anzeiger, das vielbeachtete Lokalblatt mit der einzigartig hohen Abdeckung. Ob Offset oder digital, der moderne dsag-Maschinenpark garantiert hervorragende Druckqualität. Bei der Fertigung Ihrer Werbemittel profitieren Sie vom ganzheitlichen Service und von der Flexibilität des dsag-Teams. dsag.ch – das Entlebucher Medienhaus macht Werbung, die fruchtet.